Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Call of Duty Modern Warfare 2 Wir sind immer noch in dieser Mission, wo Soap alleine hier zu Ghost muss und Wo, wo kommt die auf einmal her? Okay, nochmal laden Wir sind halt hier sehr unter Druck, deswegen müssen wir uns Junge, da regen die mich auf Okay, wir gehen nicht dort lang, wir gehen dort lang Wie die immer schreien, ich sehe die Okay, wie kommen wir da durch? Dann gehen wir jetzt hier runter, durch das Fahrzeug Bleib unten, bleib unten, bleib unten Ich war doch in Deckung, oh Mann Ich war in Deckung Ich bin, dieses Spiel bringt mich auf Also man kann hier auch echt nicht leise sein So, jetzt aber Da kommt, glaube ich, noch ein zweiter, oder? Einfach hier unten bleiben Komm, geh weg Ich werde dich finden Hau ab, hau ab So, ich glaube jetzt Nein, nicht freie Bahn Ey, ich hoffe, ob da immer noch einer ist Jetzt, glaube ich, freie Bahn, ne? Ja Ja, komm Komm, 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 komm So, 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 los Okay Die sind rüber Okay Okay Ja, wieso schießt der denn direkt? Meine Fresse, jetzt Klingt das denn nicht, hm? Noch aufrecht So weit, so gut Warte Sorry, der muss sich erschließen Fuck Fuck Lad nach, lad nach Wie kann der denn durch die Ritze da schießen? Gut, gut, gut Fuck, 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 fuck Komm, schau Wie viele sind denn das noch? Viel Zeit zum Nachladen Hey Wow Wow, wow, wow Alter, das habe ich gerade Nicht vorher gesehen Nein, der hat sich bewegt Dad nach Ich bin so überfordert, alter Kommt Warten auf jeden Feind Warten auf jeden Feind Wo kommt der ein? Komm her, komm her Bitte Alter Alter, ich bin auf jeden Fall hier Guck mal, wie viele Leichen hier Oh, scheiße Was zum Teufel war das? Ich kann den einfach nicht aus Schießen Ja, er kann durch die Wand schießen Okay, er ist weg Alter Es sind anscheinend immer noch welche hier Ich will mich jetzt hier auch nicht krass bewegen Aber ich öffne mal hier die Tür Gut Bewegen wir uns einfach mal weiter Ganz ruhig Geh mir hier rein Öl Ich habe Öl gefunden Damit kann ich einen Monococktail machen Das ist geil Jawohl Okay, gehen wir mal hier lang So, hier kann ich nicht lang Gut, dann gehen wir hier rein In dieser Bar Äh, nee, schmeckt nur wie Hundepisse Nein Schmeckt wie Hundepisse Wenn du das sagst Gibt's ne taktische Verwendung für Hundepisse? Wolfsjagd Sie folgen der Fährte Jagst du auch mit Maske? Na klar Mit Tarnmuster Auf der Fährte du schläfst da mit dem Ding Nee Tief und fest Du hast sie nicht mehr alle, Lieutenant Das ist wahr Der mit seiner Maske Okay, aber ich muss mich immer noch konzentrieren hier Jagen mich, Leute Fuck, sie sind in der Nähe Verpiss dich Nimmst du durch Hab ich ihn? Jawohl Schieß doch Fuck, 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 fuck Ausgeschaltet Und wo ist noch einer? Alles sicher, denke ich Jawohl Bleib wachsam und griff mich bei der Kirche Hast du was gefunden? Also ich hätte zwar leise gehen sollen Aber ich hatte keinen Bock Mich da durchzuschleichen Deswegen bin ich so froh Dass ich sie auch so gemacht hab Okay Soap, kommst du voran? Ei, komme näher Sitzen zwei Schildkröten in ihren Panzern Und weiter? Fragt die eine die andere Weißt du, wie man das Ding fährt? Ein wenig Armeehumor Sehr wenig Soap, witzig Äh, ja, wieso nicht? Wieso nicht? Wieso springen Blinde nicht Falsch haben? Entsichst mir Das macht ihren Hunden eine scheiß Angst Ich kann das die ganze Nacht Ghost Rede mit mir, Johnny Hab einen Tunnel entdeckt Der Kirschplatz liegt am anderen Ende des Tunnels Los, weiter Du bist fast da Verstanden Oh, hier sind auch noch welche Ghost Ich hab hier Shadows mit Schutzwesten Du musst nah ran und die Lücken finden Ich hab ne Idee Weil wir ja hier tauchen Können wir die hier anlocken Komm mal hier näher Ach nee, hier sind mehrere Oder was? Was scheitern? Was zum Teufel? Feinkontakt! Leckungsfeuer! Der Typ ist so richtig ahnungslos, Alter Was ist denn mit denen los? Oh, ne M4 Jawohl Komm, gib mir die M4 Danke Dankeschön Ich muss halt Leben, was ich hier bekomme Gut, da ist noch einer Schleichen wir uns doch hier ran Schwimmen, schwimmen Und reinstechen Ja, schön ins Beine Jawoll Okay So, wo jetzt lang? Okay, kann ich eh nicht lang Also muss hier lang? Oh, da ist noch einer Entdeckung In Deckung Schön Der da Hä? Singer Chinesen ausgestochen Naja, es sind keine Chinesen Also wenn ich jetzt rumgehe Okay Hier ist keiner mehr Siehst du die Kirche? Hi Gut Du bist auf dem richtigen Weg Weiter so Ich glaube, ich habe einen Weg gefunden Die Shadows sind überall Ich halte sie auf Bis wir uns vor der Kirche treffen Und ein Fahrzeug für die Flucht sichern Roger Zeig sie hin, Johnny Wir sind fast da Fuck Du hast zu Alle Shadows Ich habe einen bei der Kirche Heilige Scheiße Ghost, warst du das? Wer sonst? Jetzt geh Oh fuck Danke Ghost, aber Die sind jetzt alle hinter mir her Ich habe Ich kann mir einen Monococktail machen, oder? Schlese Oh fuck Ich hätte das nicht werfen sollen Die sind gepanzert Ghost, bitte bestätigen Derb endlich Verdammt nochmal Monococktail Ich bin hier eingekesselt Hier kann ich nicht weiter Scheiße, scheiße, scheiße Und das Getümer geht hier weiter Mach die Tür auf Weiter, 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 weiter Sie sehen mich nicht Alles gut, ich kann hier weiterlaufen Komm, Sprinter, Sprinter, Sprinter Gut, ich habe freie Bahn Ghost, ich komme Lauf, 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 lauf Mein Fahrzeug, mir nach Verstanden Bleib wachsam Sie wissen, dass wir hier sind Und dass wir es sind Sie schicken mir Runter, direkt vor uns Ich sehe sie Keine Sorge, ich schütze dich Auf die Gasse Johnny, bleib in der Nähe Schau nach einem Fahrzeug vor uns Ja, ja Aber erstmal die alle wegknallen Gut, dass sie nicht mehr gepanzert sind So Ähm So, ein Pickup voraus Das Licht ist an Er läuft Ich sehe ihn Ich fahre, Johnny Beifahrerseite Ja Gut, Johnny Du hast es geschafft Wir zusammen, Elty Festhalten So, kann man es auch machen Zurück Danke Fahr Ich gebe uns Deckung Wo sind wir? Alejandros Versteck Er hat mir den Standort für Notfälle genannt Und wieso nicht mehr? Weil es nicht nötig war Zählen meine Notfälle nicht? Rückplatte Hat Alecantro gelegt Cleverer Mistkerl Da Bleib stehen Ginstai Rodolfo Saub Ghost Ihr lebt Sieht so aus Schön euch zu sehen, Amigos Igual, Amigo Guter Wort Wo wart ihr, Jungs? Auf der Flucht Ich war auf der Flucht Ghost hat gewartet Versteht sich? Nein Ja Wir sind ein Team Wir alle Ich hatte das Kommando Und jetzt brauche ich Hilfe Niemand kämpft allein Was ist mit Graves los? Wissen wir nicht Lars Almers korrumpiert alle Uns nicht Vorerst sind General Shepard Blaswell und alle Die nicht hier im Raum sind Als Feinde zu betrachten Mit einer Ausnahme Alejandro? Wir brauchen ihn Wenn Graves hält ihn hier fest Sein ganz persönliches Gefängnis Mein Team ist auch da drin Wir kriegen wir sie frei Wir brechen ein Genau deshalb liebe ich Ghost Das alleine wird nicht reichen Gut bestext Okay Mein Mann Wir brauchen was zum Fahren Möglichst gut gepanzert Alejandro hat an alles gedacht Das hat er Holen wir ihn raus Das hat er